so den cut habt ihr jetzt gar nicht gemerkt oh Gott kleinchen im Junk tun wir mal alles mit Okay. Okay. They would make a virtual. Okay. Warte. Sporen. Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Von irgendwo raus. Pass auf. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Ja. Sind die Infizierten irgendwie von einem Pils befallen oder irgend sowas? Naja. Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Hier lang. Vorsicht. Scheiße. Pass auf. Pass auf. Helst mir. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Ja. Was willst du jetzt tun? Gehen wir. Sorry. Aber sicher ist sicher. Okay. Durch dieses Gebäude wird alles nicht gerade besser. Die Fahrräder müssen gehen. Schuss. 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 Die scheinen ja doch noch menschlich zu sein. Wo machen wir das? Ja. Kann man den vorbei schleichen? Selbstverständlich nicht. Okay. Himmel. Okay, die werden wir auf jeden Fall satt. Bis wenn ich die Taschen dabei ausschalte, dann ist sie vorbei. Was ist die Blüte? Ich würde die Kamera schlagen. So. So. Die wollen wir mal nicht weiter stören. So. Man, was mache ich denn auch? Dann war noch eine Tür, die kann man aufmachen. Oh, jetzt ist noch was drin. So cool. Pullen. Pullen. Pistolenmanie. Ja, man geht hier leicht in das Spiel ein. Deswegen. Uiuiuiuiuiuiuiui. Die zwei lassen wir noch… Okay, man muss mal schnell verschwinden. So viel Fleisch ist irgendwie nicht drin. Ich finde es cool, dass das nicht einfach so diese Zombie-Art, die man immer so kennt von den Toten, auferstanden, nein, das ist hier eine gefallene Infektion. Wie kann man das nicht, ich will das nicht lesen, mein lieber Bruder. Sie wollten in die Throne und wurden infiziert. Alle, die drin sind, jammern darüber. Und dann sind da die armen Töpel, die unbedingt dort leben wollen. Die sind die Arme, die sind die Arme, die sind die Arme. Okay, das waren alle. Hoffentlich. Gehen wir zurück in die Stadt. Oh, frische Luft. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Sicher den Eingang. Geht klar. Okay. Ich guck mich immer so ein bisschen mit um, ob hier irgendwas vielleicht rumliegen könnte. Weil man hat dann im Schirm die Möglichkeit, Select. Und? Ich hole es. Ich kann ja nämlich dann Select drücken. Und kann dann später hier... Naja, jetzt zeige ich euch dann. Kann man dann basteln. Muss ich nochmal wiederholen? Vielleicht ist das jetzt leider hier nicht. Also zumindest für ein Teil. Weil ich für den Gamecheck ja schon gespielt habe. Aber trotzdem ist es für mich einfach faszinierend, dieses... Hier, reich ist rüber. Faszinierend, dieses Spiel. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Okay. Und deswegen gehe ich wahrscheinlich auch immer wieder über in diese kleine Spielwelt. Aber seht es mal positiv. Umso schneller kommen wir schneller voran. Oder so ähnlich. Was ich auch schade finde, gerade bei solchen schönen... Hier die Sonne scheint rein und Dingen. Das ist bei den schönen Effekten. Kotzt mich ein bisschen an, dass Hauptoog das nicht so perfekt aufnimmt, wie wenn ich das jetzt mit Flaps auf PC aufzeichnen würde oder so. Leider geht er doch... Leider... Leider geht doch da ein bisschen Qualität doch flöten. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Gerade bei dem Spiel, was hier so richtig riesig geil aussieht. Finde ich das ein bisschen ärgerlich. Ehrlich gesagt. Aber naja... Das Leben ist kein Ponyhof. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar. Komm. Apropos, vielleicht mal so ein paar Tipps von der Hauptoog-Software hier. Dieses ArcSoft. Ein paar Einstellungstipps vielleicht, dass ich noch bessere Qualität hinbekomme. Würde ich auch sehr gerne. Könnt ihr mal in die Comments posten. Bin ich offen und bereit, das mir anzunehmen. Und rumzuprobieren. Ich hab das jetzt versucht, in einer optimalen Qualität plus ordentlichen Dateigröße herauszubekommen. Ja, aber falls ihr Tipps habt, könnt ihr ja unten in die Kommentare was reinschreiben. Ansonsten halt nicht. Mach du. Nimm dir die Kugel. Wir brauchen sie noch. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Okay. Halt's Maul. Komm mal da hin nochmal. Mach ihn alle raten. Irgendwann schwannet sich doch hier. Ich will da mal hin. Ach hier drüben. Schau nach, mach ihn alle raten. Mach ihn alle raten. Mach ihn alle raten. Lass dich nicht verraten. Lass dich nicht verraten. Lass dich nicht verraten. Na, wo willst du denn hin? Na, Lick, setz dich nicht. Oh, sorry Tess. Ihr gehört zusammen. Geht einfach weiter. Okay, da liegt unten und das ist das Blatt. Wer ist das? Alter, bekannte. Frag nicht. das ist ein bisschen nervt bei den dialogen wenn die in einem anderen raum oder etwas weiter weg stehen dann hört man die absoluten nicht mehr ich meine es realistisch aber es ist irgendwie naja ein bisschen nervig ich bin das jetzt aber ich bin doch im game check schon hin gelaufen was ist das denn das ist beim game check natürlich nicht gefunden der typ hat in dieser fabrik jede menge zeug gehortet moment man ja ja was ist das gesucht wegen firefly komplizenschaft ach äh bibi was hast du ziegel kuddeltier okay ja ich sag immer zu klein also zu mädchen sag ich immer bibi weil wenn man mal vater ist dann findet man doch immer für seine töchter oder für seine söhne kleine verniedlichungsformen und so kam bibi und so heißt alles bibi was klein und mädchenhaft ist war er hier vor einer halben stunde er ist zurück zum kai da ist er jetzt klein und mädchenhaft ich meine natürlich klein und weiblich ich will deine dialoge nicht verpassen los geht's das 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 ist es geht nicht um euch wir wollen nur robert macht euch locker hört jetzt verdammt noch mal um und geht ich gehe nirgendwo hin ohne robert mit stück ich mach dich kalt wenn du nicht umkehrst und deinen hintern weg schaffst scheiße in deckung bereit ja ich gebe deckung ziel auf sie ok du bist tot ziel auf ziel bei du auch ich habe mich richtig leute her das robert perfekt beherrscht sind leere versprechungen hier geht es nicht durch okay gut sowohl frauen hier noch mal schwer tragen hier drüben da blinkert doch gerade was oder selbstverständlich nicht ich sehe sie zwei von uns hat es erwischt als die tess jagten ich bin sicher dass sie und joel hierher unterwegs sind jetzt wegen robert scheiße hätten wir den job mal abgelehnt was soll man machen schnell und überprüfen wir alles nicht dass hier wer rumschleicht lautlos schreien die kinder kummern in rein was ich sagen wollte ich war in der jordan street und dann kamen soldaten mit ungefähr zivilisten alle gefesselt du nimmst ihn da ich den anderen ja sie stellten alle an die wand und peng 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 haben alle exekutiert ja so ist es wohl in der ganzen stadt sie nehmen sie in die mangel ja so ist es wohl in der ganzen stadt sie nehmen die kinder noch gut gebraucht werden ja ja die wollen wir uns hier auch noch Oh, da hat ein Schlüssel. Nagelhaus-Schlüssel. Äh, was? Oh, hier rein ging es los. Ist jetzt wahrscheinlich. Gut, drehen wir noch eine Runde und gehen dann. Es ist gleich Sparstunde. Was weiß ich denn? Wir reden mit dem Anderen. Hey, ich habe was gehört. Was gehört, ist schön. Wann geht er da nicht hin? Oh, da glaube ich alle was gehört. Okay. 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 Hier ist ein Klo. Toll. Ein. Okay. 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 Oh, jetzt bin ich auch immer an die Farbe gerammelt. Okay, das habe ich jetzt wieder... ...geteil verkackt. Oh, jetzt bin ich hier. Verdammt! Geht aus! Nehmt den einfachen Weg! Nehmt den einfachen Weg! Ausplanen! Ich kann es ruhig bleiben. Die sehen sich da gegenseitig gar nicht. Die sehen mich schon nicht. Okay, die KI. Ist nachher manche Stellen. Siehst du da drüben was? Hallo? Oh Mann! Ah! Hehehehe! Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier.